moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen glitch zeigen und zwar wie ihr seht könnt ihr bei diesem glitch in der luft schweben das geht überall wo ihr runter springen könnt und ja ihr könnt die zombies unter euch sammeln wie das ganze geht zeige ich euch jetzt ihr braucht auf jeden fall freunde dazu für den glitch und der partyleiter muss dann eure freund in der lobby aus der party entfernen das macht indem ihr auf sozial geht auf den namen aus party entfernen wenn ihr das gemacht hat kann einfach überall runter springen und options drücken und er schwebt dann in der luft so sieht das ganze dann aus der sicht der anderen person aus der das macht springen options wie ihr seht sieht man im hintergrund noch dass ich in der luft bin und ja das war's mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und zum nächsten video